Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video reden wir über die Informationen und welche Sachen ihr davon kaufen könnt und welche Sachen sich meiner Meinung nach lohnen. Am Anfang sei gesagt, ihr habt die Möglichkeit über die Nick Fury Events, also die wöchentlichen Missionen, wenn ihr alle Schwierigkeitsstufen abschließt, und über den täglichen Login-Kalender an 5740 Informationen zu gelangen. Ich weiß nicht, ob es noch irgendwelche Angebote geben wird von Kabam, dass man das Zeug kaufen kann oder so, das wird sich zeigen. Wahrscheinlich gibt es sowas, für mich nicht relevant, aber sei mal gesagt. Wie gesagt, 5740, sofern ihr tatsächlich alle Schwierigkeitsstufen auf 100% habt. Was könnt ihr kaufen? Ich habe es in verschiedene Kategorien aufgeteilt, einmal in die Kristalle, dann in die Splitter, in die Signatursteine, in die Entwickler und in das Erweckungsjuwel. Wir fangen an mit den 3- und 4-Sterne-Kristallen. Seht ihr hier, 3-Sterne-Kristalle für 165 Informationen, 4-Sterne-Champion-Kristall für 900 Informationen. Es mag verlockend sein, einen 4-Sterne-Champion-Kristall zu kaufen für das Zeug. Das Ding ist nur, es ist mittlerweile relativ einfach, an solche Ressourcen zu kommen, beziehungsweise an Champion-Kristalle und halt auch an die Splitter. Daher würde ich persönlich davon abraten, das zu kaufen. Auch wenn ihr ein Spieler seid, der jetzt noch nicht so viele 4-Sterne-Kristalle hat, kann es sich trotzdem lohnen, das darauf zu verzichten und auf andere Ressourcen zu sparen, weil die 4-Sterne-Champions bekommt ihr relativ schnell, wenn ihr im Spiel ein bisschen vorwärts kommt. Und ihr habt halt die Möglichkeit, bessere Sachen dadurch zu kaufen, die euch vielleicht jetzt nicht im Moment Nutzen geben, sondern vielleicht dann erst später. Bei dem Erweckungsjuwelen-Kristall für 4-Sterne-Champion muss ich ganz ehrlich sagen, da könnte es sich durchaus lohnen, einen zu kaufen. 400 Informationen ist nicht übermäßig, 4 finde ich persönlich. Und die Möglichkeit, einen guten 4-Sterne-Champion zu erwecken, ist definitiv nichts, was man ausschlagen sollte, könnte man sich überlegen. Dann haben wir eine ganze Reihe an Splitter. Ihr habt hier die 504-Sterne-Splitter, 250 5-Sterne-1000 und 2500 5-Sterne-Splitter und 250 6-Sterne-Splitter. Da muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich keine davon kaufen. Das Ding ist, die sind extrem teuer, wirklich. Wenn man überlegt, was ihr sonst davon kaufen könnt, sind die schon echt teuer. Und es ist einfach so, ihr müsst immer überlegen, ihr gebt jetzt hier die Ressourcen aus, die ihr für andere Sachen ausgeben könntet, um dann am Ende einen 5-Sterne-Hulk-Bust oder einen 5-Sterne-Crew zu ziehen. Ich persönlich finde, dass es einfach viel zu teuer ist. Es gibt definitiv bessere Optionen. Vielleicht, wenn ihr wirklich 250 5-Sterne-Splitter davon entfernt seid, einen neuen Kristall aufzumachen. Und dann könnt ihr eins davon, oder dann kauft eins davon, macht den Kristall voll, kann aber trotzdem ein Krew draus kommen. Ich sag's nur. Das ist bei solchen Sachen immer, es ist verlockend, auch mit den 2500, es ist verlockend, sich da einen 5-Sterne-Kristall zu holen. Aber wenn am Ende halt nur Müll dabei rauskommt, beißt man sich dann doch ein bisschen in den Arsch. Dann haben wir die Signatur-Steinkristalle. Da haben wir einmal die für 5-Sterne-Champions und einmal die für 4-Sterne-Champions. Die für 4-Sterne-Champions würde ich komplett ignorieren. Da würde ich nicht mal dran denken, die zu kaufen. Für 5-Sterne-Champions für den Großteil der Leute würde ich es ebenfalls so sehen. Für die meisten Spieler sind die Sachen halt wirklich sinnvoll. Die sind extrem teuer und ihr bekommt nur ein paar Signatur-Level für einen Champion. Die paar Signatur-Level, die ihr dazu bekommt, das sind maximal 10 und ihr habt nicht mal die Möglichkeit rauszusuchen, welche Farbe ihr habt, sondern es muss halt auch noch wirklich viel Glück dabei sein und 10 Signatur-Level machen bei den meisten Champions. Klar macht es ein bisschen was aus, aber nicht so viel, dass ihr dafür auf andere, wichtigere Ressourcen verzichtet. Und wie gesagt, bei den 4-Sterne-Signatur-Steinkristallen, da würde ich gerne drüber nachdenken. Dann haben wir Basis- und Klassenentwickler. Ich meine, Basisentwickler Stufe 1, Stufe 2 und Stufe 3. Je nachdem, wo ihr momentan im Spiel seid, kann es durchaus nützlich sein. Auch Klassenentwickler Stufe 2 und Klassenentwickler Stufe 3 sind Sachen, die durchaus nützlich sein können, je nachdem, wo ihr im Spiel seid. Ich persönlich finde, dass alle Entwickler, die hier angeboten werden, ihren Nutzen haben. Es lohnt sich allerdings in meinen Augen am allermeisten, wenn man sich den halben Stufe 2 Alpha kauft für 500. Lohnt sich auf jeden Fall, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein sehr gutes Angebot und das ist auch auf jeden Fall was, was ich mir holen werde. Weil Stufe 2 Alpha ist, je nachdem, wo ihr momentan im Spiel seid, extrem schwer zu bekommen. Wenn ihr nicht unbedingt viel Karte 6 spielt, dann kommt man nicht so schnell an die ran. Und man kann sie immer gebrauchen. Das ist im Allgemeinen bei den Entwicklern so eine Sache, die ihr sehen müsst. Das sind alles Ressourcen, die ihr direkt brauchen könnt. Das gleiche gilt auch für die Basisentwickler Stufe 4. Das ist eine super Möglichkeit, an Basisentwickler zu kommen. Klassenentwickler für 700 definitiv. Also lohnt sich auf jeden Fall. Bei den Klassenentwicklern ist es halt so, ist es halt wieder zufällig, welche Farbe rauskommt. Das Einzige, wo ich vielleicht vorsichtig wäre, sind die Stufe 5 Basisentwickler. Ich weiß, dass die super selten sind und dass man super selten welche bekommen kann. Aber die sind halt extrem teuer. Es ist nicht wirklich viel. Wenn ihr drei Stück davon kauft, dann habt ihr 4.500. Das sind 10% von dem ganzen Kristall. Und ihr gebt im Prinzip alle eure Informationen aus. Vielleicht, wenn ihr die Möglichkeit habt, dadurch einen zu formen, dann könnte man darüber nachdenken. Aber 1320 Informationen ist viel zu viel da dafür. Wie gesagt, die Klassenentwickler, auf jeden Fall eine gute Idee. Basisentwickler, immer eine gute Idee. Vielleicht auch Basisentwickler Stufe 3. Je nachdem, wo ihr momentan im Spiel seid. Klassenentwickler Stufe 3. Immer eine gute Idee, solche Sachen zu kaufen. Alpha-Entwickler Stufe 1. Auf jeden Fall 80 Informationen für einen Stufe 1 Alpha ist ein Schnäppchen. Also da auf jeden Fall zuschlagen, wenn ihr die braucht. Es gibt Phasen im Spiel, in denen Stufe 1 Alphas extrem selten sind. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber für mich persönlich war es so. Die waren extrem selten. Und wenn ihr anfangt, 5-Sterne-Champions aufzuwerten, viele 5-Sterne-Champions aufzuwerten, dann sind die einfach noch seltener. Es lohnt sich also auf jeden Fall, die zu kaufen. Also wie gesagt, da kann ich die Alpha-Entwickler Stufe 1 und den halben Alpha-Entwickler Stufe 2 nur empfehlen. Das ist definitiv viel, viel, viel wert. Und dann haben wir am Schluss noch das Erweckungsjuwel. Wie gesagt, wir haben einmal den 4-Sterne-Erwecker. 400 Informationen dafür. Ich persönlich finde es okay, ganz ehrlich. Natürlich habt ihr immer die Möglichkeit, dass ein Schwan rauskommt. Aber das Gleiche gilt natürlich auch für den 5-Sterne. Man muss allerdings ein bisschen entscheiden, die 4-Sterne-Erweckungsjuwelen-Kristalle bekommt man mittlerweile eigentlich relativ regelmäßig. Es gibt mittlerweile einiges an Content, wo man einen bekommen kann. Deswegen, ich persönlich würde mir den nicht kaufen. Aber für jemanden, der da tatsächlich einen großen Nutzen draus ziehen kann, kann sich das lohnen. Für mich viel interessant ist natürlich der 5-Sterne-Erweckungsjuwelen-Kristall. Den werde ich mir auf jeden Fall holen. Also bei mir wird es drauf rauslaufen. 5-Sterne-Erweckungsjuwelen-Kristall und Stufe 2 Alpha, den halben. Weil, selbst wenn ich nochmal einen grünen rausbekomme. Was ihr das im Blick habt, ich habe zwei grüne 5-Sterne-Erwecker. Selbst wenn ich nochmal einen grünen rauskomme. Irgendwann habe ich drei grüne Champions, die wirklich gut sind. Es ist so schwierig, ein 5-Sterne-Erweckungsjuwel zu bekommen. Vor allem, wenn man die Angebote nicht kauft. Ab und zu gibt es ja die Kristalle im Angebot. Also was heißt ab und zu, so einmal im Jahr oder so. Aber das kaufe ich mir halt nicht. Und dann ist es halt wirklich schwierig, an das Zeug ranzukommen. Und wenn ich da die Möglichkeit hätte, oder wenn ich die Möglichkeit habe, mir einen zu holen, dann würde ich das machen. Natürlich kann man dann vieles vom anderen Zeug nicht kaufen. Also ich würde mir keine Basisentwickler kaufen können, keine Klassenentwickler. Aber für mich ist der Nutzen vom Erweckungsjuwel deutlich höher als der von den Entwicklern. Und deswegen ist das die Wahl, die ich persönlich für mich treffe. Es ist natürlich für euch wichtig, wo euer Account momentan steht. Wie weit ihr im Spiel seid. Und es heißt, es ist ja auch nicht gegeben, dass jeder die vollen 5.740 Informationen sammeln kann. Kommt natürlich auch darauf an, ob ihr alle Schwierigkeitsstufen abschließen könnt. Insgesamt müsst ihr darauf schauen, welche Sachen sich für euch lohnen. Aber es sei halt gesagt, dass sich die Sachen wie die 3- und 4-Sterne-Kristalle und auch die Splitter und auch die Signatursteinkristalle eigentlich nicht lohnen. Also ich persönlich würde euch wirklich nur empfehlen, kauft Entwickler oder Erweckungskristalle. Das sind die einzigen Sachen, die sich in meinen Augen tatsächlich lohnen. Für alles andere ist viel zu teuer für das, was ihr davon habt. So, ich hoffe, dass das Video dem einen oder anderen hilft. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Haut rein, Leute! Bis zum nächsten Mal.